Hallo, 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 weiter geht's mit Server 29 Tagebuch, wir befinden uns gerade im Livestream, das heißt ich bin multitaskingmäßig hier gerade voll am Start, wie man sieht, der Chat wird voll gespammt und wir befinden uns gerade in der Gilde, es geht auch ohne und ich dachte mir, es geht auch ohne, deswegen melde ich mich einfach nicht zum Raid, nein, natürlich melde ich mich doch, ich, ich melde mich natürlich selbstverständlich, wir befinden uns wie gesagt im Livestream, tausende von Leuten schauen geradezu, 53, danke schön dafür, das sind übrigens tausende und ich habe heute meine Alu natürlich nicht zum Raid, fertig geklickt, alles fertig gemacht und mir ist da was aufgefallen, mir ist da was aufgefallen, ich habe einen neuen Bogen gefunden, ich musste glaube ich dreimal blättern, ich wollte das erst in der Aufnahme machen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, 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 da ist er gerade, dann kaufe ich mir den auch auf jeden Fall und das Problem ist auf Server 29, beziehungsweise allgemein auf den neuen Servern, wenn man viel Gold hat, beziehungsweise das Gold hat und das ausgeben möchte für eine Waffe, muss man das so schnell wie möglich machen, weil verdammte Scheiße nochmal, jeder greift einen an und will, jeder will sein Gold klauen und sobald man einen angreift, habe ich auch gemacht, auf Server 23 übrigens, ja, ich bin schuldig, sobald ich jemanden angegriffen habe, ich, zum Beispiel, ich gehe jetzt in die Ehrenhalle, sehe jetzt hier, okay, 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 ich greife jetzt einfach mal hier, den, 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 die, die Wendi an, ich sehe jetzt, okay, das ist die Wendi, ich greife Wendi an, gewinne gegen sie, oh, Wendi gibt mir 50 Gold, dann greife ich Wendi nochmal 10 mal an, damit ich das ganze Gold von ihr bekomme und dann bekommt man halt das Gold, versteht ihr, das Gold kommt dann zu einem hingeflossen und deswegen sollte man auf Server 29, beziehungsweise auf den neuesten Servern immer so schnell wie möglich sein Gold ausgeben, weil sonst das ganze Gold weg, wenn es weg ist, ist es weg und dann habt ihr nichts mehr, habt ihr Pech gehabt oder schnell in die Gilde spätten, eins von beiden. Gildenausbau ist ja zur Zeit auf 100%, wir haben 104%, wie gesagt, zwei Raids schon geschafft, heute um, wie viel Uhr, oh, morgen erst um 5.40 Uhr, meine Fresse, da ist der nächste Raid und Tiefen der Tiefsee, hm, und Tiefen der Tiefsee, ich melde mich mal zum Raid, das ist ja schön, hab ich mich auch gemeldet und ich denke mal, den werden wir auch schaffen, wir können mal eben nachschauen, Disneys Wundertüte oder wie auch immer die heißen, sind normalerweise die mit am meisten Raids, wir gehen mal eben, wir gehen mal eben hier auf Spieler, gehen auf Platz 1 und hier oben natürlich Disneys Wundertüte und hier sehen wir, die haben zur Zeit 3 von 50 Raids, das heißt, wir hängen da nicht so stark hinter, aber ich glaube nicht, dass wir Konkurrenz bieten können zur Zeit noch für diese Gilde, die wird uns langsam aber sicher wegziehen, denn es ist unglaublich brutal, was die für Hardcore-Pilzer drin haben, wenn die das weiter so durchziehen, die Hardcore-Pilzer hier, den oberen Bereich hier, wir gehen nochmal auf die Ehrenhalle, sehen hier Platz 1 von irgendwas, ich glaube kaum, dass wir da mithalten können, Respekt natürlich vor die Gilde, was da aufgebaut wurde hier, es geht auch ohne, sehr gut dabei und so weiter, aber leider können wir da nicht mithalten, Leute, es sind zu krasse Hardcore-Pilzer am Starter und zur Zeit auf Server 29, was man so von der Entwicklung sieht, ist es richtig krass, auf Server 29, wenn ich vergleiche, Server 27, 26, 28, spiele ich ja überall, habe mich auch mitverfolgt in der Ehrenhalle, aber Server 29, meine Fresse, was wird hier bitte für Pilze rausgekloppt, hier werden so unglaublich viele Pilze rausgekloppt, das ist unnormal, ich weiß nicht warum, warum, weil es vor Server 30 ist oder was, ich kann es auch nicht sagen, was passiert denn auf Server 30, jeder lädt erstmal für 3000 Euro Pilze auf oder was und haut die ganze Scheiße raus oder wie, wir werden es auf jeden Fall sehen, Server 30 wird sehr interessant, da bin ich ja mal gespannt, ich glaube kaum, dass ich da oben mitspielen kann, es tut mir leid, aber ich bin kein Multimillionär und kann leider nicht die tausende von Euros in die Pilze investieren, das ist nicht möglich, ich versuche dort die 300 Alu zu spielen und wenn es zu Hardcore wird und wirklich zu extrem und noch extremer wie auf Server 29, muss ich mir echt überlegen, ob ich da dann weiter Server, äh, ob ich dann auf Server 30 weiter 300 Alu spielen werde, weil, weil, wenn ich keine Konkurrenz bieten kann, dann ist es eh scheiße, ohne Konkurrenzkampf macht dieses Spiel eh keinen Spaß und das in der Ehrenhalle bzw. in den Gilden und wenn dann wieder die Leute kommen, die so viele Pilze haben, rausklatschen, ich weiß es nicht, die machen schon ein bisschen das Spiel kaputt, meiner Meinung nach, wenn die Leute so viele Pilze raushauen, wenn die das im angemessenen Maß noch benutzen mit den Pilzen, finde ich es in Ordnung, aber wenn es so extrem ist, so unglaublich viele Pilze, die rausgekloppt werden, dann macht es meiner Meinung nach nicht mehr Spaß, denn normal Sterbliche, sag ich mal, und die meisten Schüler, die meisten von euch sind ja noch Schüler zum Beispiel, die können da nicht mithalten, wie soll das denn passieren, wie soll das denn gehen, ich kann doch nicht als Schüler der Taschengeld bekommt, einen Shakira Acker, oh, jetzt habe ich den Namen genannt, Dreamscape, oh nein, ich kann doch nicht, wie soll ich denn gegen ihn ankommen, Konkurrenzkampf gleich null, gleich null, da kannst du nichts machen, nicht mal ich, ich arbeite meine 40 Stunden in der Woche und ich bin noch nicht, ich gebe doch nicht mein ganzes Gehalt aus für meine Pilze, das müsste, ich müsste ja mein ganzes Gehalt quasi pro Monat in die Pilze investieren, damit ich da mithalten kann, wollt ihr mich verarschen oder was, das ist schon sehr krass und meiner Meinung nach machen leider, so welche Leute, jetzt ist meine Meinung, ich will jetzt keinen irgendwie angreifen oder so, aber so welche Leute machen halt das Spiel kaputt, es ist einfach so, weil Konkurrenzkampf gleich null ist, man kann dort nicht mithalten, müsste ja zur Bank gehen, mir ein Darling holen, nein, aber es ist einfach so, naja, ist ihnen selbst überlassen, wie viele Pilze er rauskloppt, natürlich ist es gut für die Videos, die Leute, die ihn schauen, die sagen sich, ja geil, oh, hier haut wieder Pilze raus, man, 300 Pilze wieder, für einen Dungeon Gegner, jawohl, wir wollen Pilze sehen, ich blätter vom Epik-Gewend, ja, hab kein Gold, Mann, komm, bam, wir holen uns den Greifendrachen 20 Mal, yeah, bam, wir haben wieder Gold, natürlich eine geile Spielart auf jeden Fall, Zuschauer, beziehungsweise Leute, die wollen das auf jeden Fall sehen, aber für mich ist es scheiße und allgemein für euch auch, wenn ihr euch sagt, okay, ich hab jetzt meine, ich hab mein Taschengeld gespart für Server 30, ich hab jetzt hier 100 Euro liegen oder vielleicht 150 Euro, die investiere ich in Pilze und dann will ich oben mitspielen, das wirst du nicht können, nein, kannst du nicht, du kannst das Geld genauso gut einfach mal in den Mund nehmen und, keine Ahnung, runterschlucken oder anzünden und rauchen oder was, du wirst dann hier auf Server 29 oder Server 30 keine Konkurrenz bieten, es wird nichts passieren, du kannst nichts ausrichten, nein, du bist einfach nur da und fertig, zum Anfang ist es eh so, dass die mit, die Hardcore-Pilzer total krass werden und später ist es, also auf Stufe 300 hingezogen, so in ein Jahr oder so, werden eh alle wieder gleich auslaufen, von daher waren die Pilze eh Pilzverschwendung, aber zum Anfang, beziehungsweise den ersten Bereich kann man keine Konkurrenz bieten für so welche Leute und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, kommt wieder das Thema, wie der ist, Shakespeare, Pay to Win, ich will darüber nicht reden, aber ist halt krass, ne, ist halt ziemlich krass. So, wir wollen auch noch ein bisschen was schaffen hier, bei dieser Aufnahme, ich rede nur ganz weit über den heißen Brei rum, aber das muss jetzt mal raus, ich hoffe, jetzt kommen nicht so viele Hater-Kommentare, ich sehe es schon wieder kommen, die ganzen Dreamscape-Super-Fans werden mich dann durchgehend beleidigen, weil ich ja meine Meinung, beziehungsweise was gesagt habe, was sich ganz so freundlich vielleicht war, es geht vielleicht los, egal, scheißegal. So, wir haben 110 Gold wieder, warum haben wir 110 Gold? Der Terminator 82 haben wir angegriffen, haben wir da gewonnen gegen den Terminator 82? Natürlich, 65 Gold, sehr schön, das können wir mal eben in die, in die Gilde hauen. Uh, der Buggy hat 10.084 Gold gespendet, Buggy, Buggy, hallo Buggy. Slash, Gold, bam, jawoll, yeah. Hallo Biver, und wir werden als nächstes dann in Dungeon, in den Dungeon vorbeischauen mit der neuen Waffe, die ich hier habe, diese hier. Müssten wir eigentlich ein paar Dungeons schaffen, ich bin ziemlich im Rang gefallen, es tut mir leid, ich habe nur 57 Pilze, ich bin ein bisschen traurig, dass ich so wenig Pilze habe, kann ich mir nicht mehr alle reinziehen, aber, mh, Aufgabe für heute, nicht zu viele Pilze ausgeben, das ist so mein Plan. Ich sollte eigentlich den Räuberhauptmann schaffen, der würde mir zu 100% ein Epic geben, genauso der Sumpfkrieger müsste auch vielleicht drin sein und vielleicht sogar der Heizabschneider. So drei, vier Dungeons wäre schon nicht schlecht, ich bin mal gespannt, was ich so schaffe. Wir versuchen halt jetzt mal den Räuberhauptmann, der würde uns wie gesagt ein Epic geben, vielleicht eine neue Epic-Waffe, die uns dann weiterhilft, in den Ness-Dungeons. Ich bin mal gespannt, der stuft wohl 90 schon, das ist eine richtig kranke Scheiße. Was haut der denn so raus? Das ist ein Stärkegegner, der macht bösen Damage, wir weichen gerade gar nichts aus, das mir gerade mal gar nicht gefällt. Jawoll, bitte hör auf zu blocken, sehr schön. Du hast nicht mal ein Schild in der Hand, man, du kannst gar nicht blocken. Ja, natürlich, block mit deinem scheiß Schwert. So. Ja, ja. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, erster Try, 50%. Müssen ein bisschen mehr ausweichen könnte er liegen. Das war es nicht. Das war ich immer noch nicht. Und das war ich immer noch nicht. Der Heizabschneider ist übrigens vom Level her, Moment. Der ist nur Stufe 84. Das ist alle hier wieder so eine Nummer hier. Der Sumpfkrieger war, glaube ich, noch niedriger am Level. Der war Stufe, ja gut, 88 ist der Kollege. Ah, das ist alles wieder eine Scheiße, Mann. Wir müssen als erstes den Heizabschneider, aber ob der jetzt fällt? Eigentlich mit der Waffe normalerweise müsste er fallen. Aber bei meinem Glück zur Zeit glaube ich nicht daran. Ich glaube zur Zeit, jawohl. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Sammelabrum hüpft sich auf 83,76%. Sehr schön. Und ich habe eine neue Brust. Ich habe neue Titten. Ich habe neue Hupen, die ich drucken kann. So, dann ist der Tod. Und als nächstes dann der Sumpfkrieger. Der Sumpfkrieger. Hallo, Herr Sumpfkrieger. Ich habe Sie auch besiegt und Sie geben mir 2025 Gold. Sehr schön. Natürlich ist das Ganze nice. Sehr schön. Übrigens, an den Chat mal eben alle einmal bitte ein nice schreiben in den Chat. Dankeschön für diese beiden Dungeon-Gegner. So, dann seid ihr auch ein bisschen beschäftigt. Nein. Danke übrigens an 58 Leute, die gerade zuschauen. Wir sind immer noch im Livestream, ja. Wir verkaufen das. Wir verkaufen das hier auch. Haben jetzt 6400 Gold. Ich werde ein bisschen skillen. Alter, habe ich Gold. So, noch. Ja, oh, das war einmal zu viel. Entschuldigung. Entschuldigung, Gilde. Slash. Gold. So, sehr schön. Nice, jawohl. Dankeschön, Chat. Und jetzt der Räuberhauptmann. Doch, ne, Pikmann. Gib mir bitte kein Glücksepick. Ja. Dadadam, 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 nice. Sehr schön, sehr schön. Ein weiteres Epic, jawohl. Der Ländenschutz des Barbarenkönigs, jawohl. Da haben wir es doch. Da haben wir die Hose an. Wir haben die Hose an in der Beziehung, jawohl. Aller Tribute 70, sehr schön. Somit haben wir jetzt 41 Dungeon-Gegner-Besiegners, Dungeon-Etage, Etagen. Und wer kommt als nächstes? Der grüne Rex, oder? Der grüne Rex. Wir haben noch nicht den vierten Schlüssel. 94? Au, 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 au. 96? Au, 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 aua. Aua. Auaa. Auaa. Ich geh noch auf 40 Pilze. Ich geh noch auf 40 Pilze. Und jetzt im letzten Try, den schauen wir uns mal komplett an. Wird der, glaub ich, jetzt fallen? Ich hab's so im Urin. Bin mal gespannt. Grüner Rex. ähm, ja, ja, nein, ja, 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 nein, ja. Hallo, warum krittest du mich? Jetzt weich aus. Ja, kritt! Nein, weich aus! Jawohl, kritt! Oh, Drecksack, ich hasse dich! Scheißdrecksmann. Jetzt fällt er, jetzt. Glaub mir, jetzt fällt er. Ja, nein, ja, nein, ja, ja. Wie kann denn bitte ein Rex blocken, Mann? Wie kann er mit seinem verkrüppelten armen Scheißschild halten, Mann? Was ist für ein Spiel? Habt ihr schon mal ein Rex, ein Tyrannosaurus Rex gesehen, der hinter euch herläuft unter einem Jeep mit einem Schild in der Hand? Meine Fresse! Was ist für eine Logik? Der fällt nicht. Nein, der fällt nicht. Stell dir mal vor, Jurassic Park, dann kommt dann die Erde B, babam, babam, und was kommt? Ein grüner Rex mit einem Schild in der Hand oder was? Eieieiei. So, egal. Wir schaffen das leider nicht, beziehungsweise wir schaffen den hier nicht, das ist ein bisschen blöd, aber, ähm, ist okay. Okay, der Rate heute um 5.40 Uhr. Ob ich den aufnehme, weiß ich nicht. Ich glaube, da werde ich schon lange schlafen, aber vielleicht dann morgen, wenn ich dran denke, ich denke an sowas eh nie. Ich stehe meistens morgens so auf, so halb tot, und dann gehe ich zum PC und klicke einfach sofort auf die Gilde, weil es, wenn es blinkt, wenn es blinke ich einfach drauf. Sobald es blinkt, gehe ich drauf und dann geht's los. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich werde es eh vergessen, den aufzunehmen, von daher ist, na, wir schaffen den eh, weißt du, ich habe mich gemeldet, von daher schaffen wir den eh. So, äh, sowieso. Stufe 72. Können den Gürtel eigentlich noch verkaufen. Ja, 300 Gold, komm weg, komm. Komm, Gilde hier. Rein damit. So, tschüss. Heiß Gold, Mann. Jo, haben jetzt hier den Ländenschutz bekommen. Die Brust haben wir bekommen. Wir hatten eh eine neue Waffe. Haben jetzt noch 39 Pilze. Ja, das ist, ist noch okay. Wir können noch einen Arena-Kampf machen. Komm, wen greifen wir denn an? Natürlich, die Wuvuzela. Hallo, Wuvuzela. Hab dich besiegt, Mann. Oh, mh, plus 5 hier. Oh, höchster Wert für Ehre. Sehr schön. Nächstergrad ab 15.000 Ehre. Zurzeit habe ich Sammleralbum jetzt auf genau 84%. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, der Basel. Der Basel schreibt gerade im Chat. Noch ein Try. Jetzt fällt er. Ich habe es im Urin. Er hat es im Urin. Wir gucken mal, ob er Blut im Urin hat in der Pisse oder doch den Kill. Wir werden es sehen. Basel. Das ist dein Pilz. Das ist dein verdammter Pilz. Ja, es läuft. Es läuft gerade bei dir, weißt du? Ich sehe es doch. Es läuft. Es läuft. Auf jeden Fall. Er blockt alles weg. Der alte, verkrüppelte Tyrannosaurus Rex mit einem Schild in der Hand. Ja, das... Ah, ja, komm. Ja, natürlich. Ja. Weißt du? Da hört man einmal auf die Zuschauer. Nein. Du hast es in der Leber. Hast du natürlich auch. Also, wenn es in der Leber ist, dann könnte es vielleicht sein. Aber vielleicht hast du da einfach nur irgendwie was anderes drin. Eine Zirrhose. Wie heißt das? Lebezirrhose? Na, keine Ahnung. Hast du viel gesoffen? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer noch. Einer, komm. Einer. Einer können wir noch. Ne, schaffen wir nicht. Ich lasse es jetzt sein. Ich lasse es sein. Ich bin in dem Part für heute. 15 Minuten. Wunderbar. Dankeschön an den Chat, die mitgemacht haben. Ich zeige nochmal den Chat. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, rumzuspammen im Chat. Ihr seid im Video live dabei. Das heißt, ihr könnt jetzt rumspammen, wie ihr wollt. Die ganzen Leute, die die Rechte haben im Chat, bitte einmal nicht hingucken. Jetzt könnt ihr einmal spammen. Es geht los. Ihr seid im Video. Spammt die Scheiße raus, Mann. Und ich sage dann mal Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiterleitet. Ich bin der Lars. Ich sage Tschüss. Der Chat ist noch da. Den lasse ich noch ein bisschen laufen. Habt ihr noch ein bisschen Möglichkeit, rumzuspammen? Jawohl. Schön gespam. Haut alles raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.